hallo meine liebe freunde jetzt gehe ich mal ganz runter anderer seite ganz anderer seite damit ihr noch mehr was davon habt da kann man auch was schönes anzeigen also hier ist aber ich habe schwierigkeiten beim laufen weil das richtig schnee ist heute werde ich richtig muskelkater haben letzte abend hatten wir hier was gegessen und getrunken aber heute ist es hier zu und hier kann man sich so hinsetzen wer kaffee möchte kaffee wer weit möchte weinen und kann man sich hier so ein bisschen ausruhen genau so im innen drin kann man sich auch hinsetzen da ist auch sehr schön gut ist auch ein weihnachtsmann geschmückt worden weihnachtsbaum geschmückt worden und hier ist auch was ich gehe mal runter damit ich euch ganz alles zeigen kann gehen möchte ich mal rüber hier jetzt kann ich hier alles in einem zeigen da ist der skiplatz da auch also von unten sind wir gekommen da ist der autobahn das andere seite ist auch eine winterwerk von abteilung von dieser hier und hier weil der wetter ist heute so nicht so mit sonnen letztes jahr war ich hier und da war auch wirklich richtig sonnenschein und hier wurde ist auch weihnachtlich gemacht worden geschmückt worden und da ist unten ist auch was ja der bobbahn ist da unten da wollte ich euch so richtig einmal durchgehen ich bin auch ein bisschen neugierig hier rauskommen kann das weiß ich aber ich denke immer schön rum gegangen eine runde gemacht für euch danke für den nachschauen immer abonnieren so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.